so herzlich willkommen zurück zu call of duty black ops 3 ja suchen wir so ein spiel machen wir diesmal eine runde herrschaft suchen wir mal und sind direkt schon irgendwo ein geswitcht sehr gut da brauchen wir nicht lange warten fangen wir direkt an feindliche konterdrohne in der luft radar los geht's sichert die ziele feindliche schwebeladung im operations gebiet drohne nähert sich sichern bravo ein abschuss bravo ist abgesichert verbündete drohne nähert sich feindliche hellstorm unterwegs verbündete hellstorm unterwegs achtung feindliche vorräte von oben feindliche drohne gesichtet wir verlieren b alle orte gesichert positionen halten jawoll das war mal eine schnelle herrschaftsrunde so nice team sehr gut so hier mal kurz ein seitenwechsel jetzt sehen wir die black ops herrschaft nehmt die ziele ein sichern alpha vorräte unterwegs weiter charlie eingenommen alpha ist abgesichert schwebeladung unterwegs verbündete drohne nähert sich feindliche schwebeladung im operations gebiet B ist abgesichert. Das gibt's doch nicht, oder? Verbündete Hellstorm unterwegs. Sichern C. Drohne mehr zu. Vorräte unterwegs. Achtung! Feindliche Schwebeladung gesichtet. Konterdrohne nähert sich. Wir verlieren B. Feind hat B eingenommen. Verbündete Drohne nähert sich. Wächter eingesetzt. Wir verlieren Charlie. Sichern B. Alle Orte gesichert. Positionen halten. Wir haben Alpha verloren. Wir haben Charlie verloren. Verbündete Hellstorm unterwegs. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Sichern C. Achtung! Feindliche Hellstorm unterwegs. C ist abgesichert. Er ist erledigt! Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo. Verbündete Drohne nähert sich. Feindliche Vorräte über uns. Drohne nähert sich. Wir haben B verloren. Soldat ausgeschaltet. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Sichern Bravo. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Feindliche Hellstorm unterwegs. Bravo ist abgesichert. Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Hellstorm unterwegs. Verbündete Hellstorm unterwegs. Sichern A. Feindliche Drohne nähert sich. Wir verlieren Bravo. Alle Orte gesichert. Aktuelle Position halten. Feind hat Bravo eingenommen. Wir verlieren A. Vorräte unterwegs. Erledigt. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Wir haben Alpha verloren. Wir verlieren Charlie. Feindliche Drohne nähert sich. Drohne in meinem Operationsgebiet entsetzen. Achtung! Feindliche Hellstorm unterwegs. Elimiter 10.000 Fuß über Normal Null. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Halbzeit! Feindliche Drohne gesichtet. Achtung! Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Drohne verletzt. Achtung! Mehrere feindliche Drohnen über uns. Feindliche Hellstorm über uns. Sichern Alpha. Verbündete Drohne nähert sich. Wir werden hier dominiert. Aggressiver werden. Sichern Bravo. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Sichern A. Bravo gesichert. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Hellstorm unterwegs. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Feindliche Teller unterwegs. Verbündete Drohne nähert sich. Der Feind hat A. Feindliche Drohne über uns. Mehrere feindliche Drohnen gesichtet. Feindliche Drohne in der Luft. Radar offline. Alpha gesichert. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Feindliche Hellstorm über uns. ein weiterer sieg zurück zur basis wir haben ihn die ärsche aufgerissen leute wir sehen uns in der basis so soll man zurück belohnungen zack ok ranger 11 level 5 sehr gut zu lobbyklassen edition schauen wir mal hier da haben wir jetzt die oder wie freischalten und ausrüsten feuerrate macht zwar nicht so viel schaden aber die feuerrate ist höher die reichweite ist besser rösten wir das mal aus und schalten zeigt frei nichts ok lassen wir es erstmal so und dann sage ich erstmal hier vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und schaltet wieder rein wenn es euch gefallen hat lassen daumen hoch lasst aber da ansonsten auch wenn ihr irgendwas sehen wollt verbesserung etc einfach in den kommentaren rein so bis dahin danke fürs Zuschauen euer marburger ciao